Musik Norbert Ulmer ist Kandidat von CDU, SPD und FDP für den Posten des Ortsbürgermeisters in Essing. Er sagt von sich, dass ein Schluss, sich zur Wahl des Bürgermeisters zu stellen, eine Herzensangelegenheit sei. Er bezeichnet sich selbst als Neuling in der Kommunalpolitik und sei durch seine Entscheidung ins kalte Wasser geworfen worden. Enorm wichtig sind dabei drei Dinge für ihn, nämlich, dass er sich das zutraut, dass man ihm das zutraut und dass er Unterstützung hinter sich weiß. Norbert Ulmer wurde am 9. Dezember 1954 geboren, ist verheiratet und hat zwei Kinder. Ist aktuell einfacher, bald zweifacher Opa. Von Beruf ist er selbstständiger Grafiker. Seine Hobbys sind Fußball, Skifahren, Malerei, Kochen, Gartenarbeit und mit offenen Augen und Ohren die Umwelt erleben. Heute steht Norbert Ulmer uns einem kurzen Interview zur Verfügung. Herr Ulmer, Sie sagen, die Kandidatur wurde an Sie herangetragen. Wer ist denn da aktiv geworden? Wer hat denn da ein bisschen geschoben? Oder musste man überhaupt schieben? Ja, man müsste auf jeden Fall schieben, ja. Es war ein Samstagnachmittag, den ich fest, als festen Termin, als immer wiederkehrenden Termin bei mir registriert und auch notiert habe. Erstkontakt war durch Herrn Doppler. Der Herr Doppler hat mich angesprochen, hat mich informiert. Auch informiert darüber, dass er quasi nicht alleine kommt. Er ist auch im Auftrag der politischen Gruppierungen von FDP-CDU unterwegs und hat mich eigentlich direkt angesprochen, ob ich mir vorstellen kann, als Kandidat zur anstehenden Kommunalwahl am 25. Mai anzutreten. Das war für mich eine Überraschung, auch eine Ehre. Das habe ich eigentlich auch weitergegeben und die Ansprache musste ich zuerst mal sinken lassen und habe mir dann Bedenkzeit erbeten und es kam dann zu weiteren Treffen. Ich habe mir dann Informationen eingeholt, habe auch gemeinsame Treffen mit den politischen Gruppierungen und mit Herrn Doppler gehabt. Und man hat sich wirklich um mich gekümmert und das hat mich imponiert, das hat mir imponiert. Und ja, dann irgendwann, nach eigentlich nicht allzu langer Zeit, ist mein Entschluss gereift und ich habe ja gesagt. Was hat denn Ihre Frau dazu gesagt? War natürlich ein Thema, das nicht nur ich alleine entschieden habe. War eigentlich, meine Frau kennt mich, sie weiß ganz genau, dass ich eigentlich ein Macher, ein aktiver Mensch bin, der auch nach meiner beruflichen Zeit irgendwo ein bisschen aktiv sein möchte. Ich werde ja jetzt 60 Jahre alt, ich muss also auch da in diese Richtung gehen, denken. Und wir haben das eigentlich gemeinsam beschlossen und gemeinsam getragen. Herr Ullmann, Sie hatten ja Kontakt zu einzelnen Parteien und das Ihren Entschluss sicherlich auch beflügelt haben mag. Gab es denn auch einen Kontakt dann mit allen Parteien zusammen oder war das gleich sogar am Anfang schon? Nein, war nicht direkt am Anfang. Herr Doppler war derjenige, der mich als Alleinperson angesprochen hat. Aber kurz darauf wurde eigentlich ein Termin vereinbart und da trafen sich dann alle Parteien mit Herrn Doppler zu einem Erstgespräch. Und da wurde sich ausgetauscht und ich habe auch Informationen bekommen, habe auch die angedachte Zustimmung persönlich dann von den Gruppierungen erfahren können. Was war denn da das Wichtigste für Sie außer der Zustimmung? Haben Sie da schon mal deutlich gemerkt, dass Sie dann mit Sicherheit nicht alleine sind, sondern dass genügend vielleicht da sind, die Sie unterstützen? Ja, genau. Genau, das war der Fall. Von allen Reihen war eigentlich auch Zustimmung in der Form, dass Sie also sehr wohl mit meiner Person sich vorstellen können, da neue politische Verantwortung in der kommenden Periode auf die Beine zu stellen und umzusetzen. Das hat gut getan und es war eine breite Zustimmung und das hat mich unter anderem auch dazu bewogen, dann letztendlich für die Kandidatur Ja zu sagen. Sie betonen, Sie seien Politneuling und ist wohl auch der Fall. Ich meine, Sie waren zwar Vereinsvorsitzender und so weiter, aber es ist wohl nicht das Gleiche wie in der Politik. Und Sie sagen, es war für Sie immer das Wichtigste, etwas anzupacken, also sozusagen ins kalte Wasser zu springen. Was war denn außer der anstehenden jetzigen Wahl? Das kälteste Wasser, was Sie jemals erwischt haben? Ja, das ist halt so ein geflügeltes Wort, die Methode, jemanden ins kalte Wasser zu werfen. Kommt zum einen, ich habe das selbst erlebt, in der Form erlebt, dass ich halt beruflich Entscheidungen zu treffen hatte. Sehr früh, ich bin seit meinem 24. Lebensjahr selbstständig. Unter anderem halt auch, weil ich Leute, Angestellte von mir, mit der gleichen Methode auch halt ins kalte Wasser geworfen habe. War für die berufliches Neufeld. Ich habe große Bewegungen in meinem grafischen Gewerbe eigentlich erleben dürfen. Und das war schon beeindruckend und das finde ich allgemein als eine sehr, sehr gute Methode. Und politisch stehe ich eigentlich dazu, auch offen mit der Sache umzugehen. Da stehe ich dazu, dass ich ein politisches Kriegmann bin. Aber ich darf nur noch mal betonen, ich arbeite mit einem ganz großen Verlag eng zusammen. Und habe schon wieder große Entscheidungen auch gegen große Personen eigentlich treffen müssen und treffen dürfen. Und ich sehe da nicht das Problem. Kommen wir vielleicht mal kurz auf Ihre Hobbys zu sprechen. Das ist ja unter anderem auch der Garten. Das sieht man hier ganz deutlich. Danke. Im Skifahren, Fußball, da waren Sie auch sehr aktiv. Aber eines Ihrer Hobbys hat mich ganz besonders angesprochen. Das hat mich regelrecht fasziniert. Sie sagen, Sie gehen mit offenen Augen und Ohren durch Ihre Umwelt. Und wenn Sie so mit Ihren offenen Augen und Ohren, also mit Ihren Sinnesorganen durch Essingen gehen, was fällt Ihnen denn da auf? Ja, Essingen hat natürlich einiges zu bieten. Wir liegen direkt am Pfälzer Wald. Wir sind praktisch so ein bisschen wie der zweit-, drittletzte Ort, bevor es richtig in den Wald geht. Wir haben hier auch große, breite Flur, wo sich einiges geändert und bewegt hat. Wir haben draußen im Säckraben auch richtig Urwuchs. Wenn man da halt mit offenen Augen durch diese Gegend geht, dann sieht man ja wirklich schon Raritäten wie seltene oder seltenere Vögel. Man beobachtet quarkende Frische, man sieht Kröten. Also es ist einiges Getier, wo noch einige Pflanzen bei uns hier in Essingen unterwegs sind. Und das hat mich immer angesprochen. Ich komme auch aus einer Familie, wo Jagd betrieben wurde. Ich habe jetzt auch eine Bekanntheit, eine Verwandtschaft mit Tieren. Und das hat mich schon immer angesprochen. Ja, nehmen wir mal an, Sie werden gewählt. Was wäre denn da Ihre erste Amtshandlung? Ja, meine erste Amtshandlung ist ganz einfach mal, meine Position zu dokumentieren. Ich gehe natürlich in große Kussstapfen, Herr Frech, Herr Doppler, zusammen über 40 Jahre oder vier Jahrzehnte politische Tätigkeit. Das verdient Respekt. Ich denke aber, dass ich auch aus einer Position Politik vielleicht auch anders sehe und auch anders umsetze, weil ich ganz einfach die Sache von total anderen Gegebenheiten ausgehen kann. Ich denke, es gibt mit Sicherheit einiges zu tun hier in Essingen. Verkehrspolitisch, ich beobachte sehr viele Leute, die mit Problemen in Essingen rein und wieder rausfahren. Das ist mit Sicherheit ein großer Punkt, bei dem es gilt, anzusitzen. Natürlich liegen mir unsere Kinder, auch die Senioren im Herzen. Ich werde da mit Sicherheit Politik betreiben, wie ich eigentlich auch auf meine Aussage getätigt habe. Wo vorrangig dieses Miteinander und dieses Gemeinsamen umgelegt werden kann auf Projekte, die ganz einfach allgemeiner Natur sind. Und die gibt es, vielleicht ist es Ihnen noch ein bisschen zu forcieren. Herr Ullmann, ich danke Ihnen für das Gespräch. Danke ebenfalls. Vielen Dank.